lang lang ist es herr wir haben als kleiner vierter squad mal wieder league of legends aufgenommen die runden waren eigentlich relativ von deswegen wünsche ich euch viel spaß schneide ich raus wir kommen noch zehn minuten 10 minuten folgen ja ich schneide rein ich schreibe alle meine kills rein mehr nicht dann wird es ja nicht viel besser warum habe ich den hässlichsten krassigsten aber ich war so kurz davor zu klicken uns gar nicht sagen ich glaube erst mal in beiden werden wir in beiden werden ja das sehe ich uns wir sind so fett irgendwie darf ich gehen ja da kommt bin jetzt in gespawnt ok oh hättest du eh gehabt auch die memo er gar nicht jetzt nicht fiora die nervt mich das kann nicht sein dass die nicht gestorben ist die gar hier passiert mich gleich weg die alte sie ist schon kommen wenn sie denn das ist beschissene bei fiora du kannst super einfach die perrin ja das wunder gehen danke alter nach der gleich bin so lost wie lange bin ich eigentlich bis dann von dieser sau aber es wird trotzdem nice aus ich habe den animation cancel mit der ult gemacht was macht die digga warum pariert sie nicht sie hat den perry gar nicht gejustt 400 ne 300 ist die weins und er ist gewittert to me ich will die ult habe bitte geht auch mein gott ich hätte fast geintet alter ich komm mal zu dir benne ja ich chill hier ein bisschen mein totes leben meinst du es war ein bisschen wasser ja ich habe einen neuen ult also wir könnten dann tower ja wobei es können wir auch jetzt schon ich habe kann ich jetzt erst ja brauche ich komm ja so ich bin hier ich habe mich aufgepasst ich habe mich aufgepasst ich habe mich aufgepasst ich tut oh mein gott wie ich dir den arsch red ich schreibe wie sagt das funktioniert wie leben wir wie leben wir wie habe ich den testet oh ne digga da ist tristana da unten wie lang ist man stunt hallo weh doch ne digga ne digga ich habe mich nicht getraut zu ulten ich wollte nicht ulten ich wollte scheiß ult nicht verschwenden ja what the fuck alter mach die da joe die killte ich die one shotte mich fast ja warum bin ich jetzt sonst nehm ich da alter ok nice hallo 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 aus das ist ein wir gehen raus Hässliger AHHHHH! Wir gehen raus! Guck mal was ich spiel! Oh, was ja je, Digga! Ey, ich hab auch nen Project Skin! Nee, bitte! Was willst du denn jetzt von mir? Ich will kein Silas Juggles spielen, Alter! Nein, ich muss den Sinus spielen! Wer war? Bennett? Trade nochmal, ich spam schon! Nein! Oh! Oh! Trotzdem hab ich nicht geklickt, Alter! Invade! Wir wollen nicht alle mal waden! Ich kann mit invaden! Ja, wir invaden! Invade! Ja, das wird jetzt auch nichts mehr, oder? Oh, was was? No way! Boah! Boah! Bandle Damage ist so insane, Alter! Jawohl, Bli Fumms! Asus hat aufbrielt! Kann ich ihn jetzt killen? Das ist hier die Frage! Er schien! Luftball? Ja, kein corresponden! Mann! Vier. Hallo favourite! Bli! Bli! Wie ruf! Altar war das close! Okay leakt! work! Bei mir! und ich bin so gut ja ist egal wie man den jungen vom olaf und guck mal was da abgeht oder wir towerdive nasus ohne holz, der hat noch keine holz, also das könnten wir machen ja nicht dabei ag ist bereit rein 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 was will er machen das hätte vielleicht aus der tower raus hatten kill ja ich habe in 30 sekunden holt Junge was wollen die ich habe ihn nicht gekneitet jetzt habe ich die pfeife hier gekneitet digger was ist das mein gott ja what the fuck jetzt ist er mit denen davidson ich habe geendet ja super digger was ist mit dem setzern scheiß probleme was hielt er und dreht um gleich geht es erst mal einen jungen klären wiedersehen wir sehen uns in zwei stunden wieder das denkt er sich eigentlich warum denkt er dass er mich killen kann ich denke er nicht soll ich den inner kaputt machen oder wie sieht es aus ja ja renn doch holi jungen habe ich ne habe ich noch nicht verköpft hallo hi hi bro egal egal du pfeife set alter na wo will ich denn hin jungen ich kriege nichts ab na man ich kriege keinen kill leckt mich doch alle jetzt jetzt on my way mein typhoon shine machen die schon ich stehe da noch außen rum jetzt gehen sie rein ich bin on my way ich bin on my way ich bin der kannst du ja gleich ein gailchen wenn ich da bin ich kann jetzt auch schon ein gailchen ich bin der gott ich komme her ich bin der gott ich bin so gut ich hab dir's gesehen ich hab dir's gesehen ich hab dir's gesehen hast du geschaut ja geil ne ich hab den drake gestealt ich hab mir jetzt erst noch meine meine voll allen bilden mein silvermeer dawn aber ich hab dir die scheiße water der ist geflasht digger wer jungen du pfeife alter hör doch auf zu flashen alle jungen jungen man flasht dich die ganze zeit von mir weggeknallt frische alter warte mal auf oh der q dodge jungen ich bin so gut ich bin so tot bäm boom boom ich geh auf nasus ja fack digger ich hab nicht realisiert dass ich gesleebt war allein schon die bubble von zoe macht mir 700 damage ein viertel meiner leben und ich hab 160 MR ja nicky chill mal die machte das pender die hat mit ihrer bubble 1015 damage an mir gemacht digger die hat mir mit der q einfach 1400 gemacht der gönnen wir keinen pender da kommt der pender ich besuch die jetzt oder und ich mach jetzt von hinten nen flank und krieg die zoe erstmal weg ich schlaf hmm kickt euch alle vielleicht nicht mehr alter hohoho hör dich jetzt ist schildbände pfff ich bin der sturm ja wo sind denn alle auf einmal hin ey mensch ich weiß ich hab irgendwie die brain gekillt du wixer das war mein petter maaan ey das scheiß surrender kacke ja ich glaube ich gehe nicht kein zimmer ich hab ein fisken ich hab ein fisken ich hab ein fisken oh 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 Vielen Dank.